Oh mein Gott, das ist heiß. Wieso ist das eine Ei eigentlich größer als das andere? Sind meine Brüste zu groß? Oh mein Gott, Hilfe! Sind Lars und ihr eigentlich zusammen? Hilfe! Gibt's eine vegane Alternative zu Nutella? Und wieso frag ich das überhaupt? Wo ist Captain Survival Guide? Wie mache ich meine Schuhe bloß wasserticht? Wann kommt Chrissy endlich wieder? Jumel zur Scheiße, wir wollen Jonas wieder. Ist der Knick in meinem Spanzen um alle? Hilfe, Captain Survival Guide! Oh mein Gott, wann kommt die Idee? Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Das ist überhaupt nicht so gut. Captain Survival Guide, Hilfe uns! Captain Survival Guide! Captain Survival Guide! Lars, Lars, bring den Müll runter. punto Untertitelung des ZDF, 2020